Hallo zu einem neuen Video von E-Meise, Med-Meise, was auch immer, Gesellschafts-Meise, Politik-Meise, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Mit diesem oder so einem Video gehe ich eigentlich seit, schon fast seit Jahren schwanger und ich versuche es jetzt einfach, ich traue mich dieses Video aufzunehmen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Es ist sicherlich kein hochrecherchiertes, total durchdachtes, gescriptetes Video, wie man es vielleicht dem Thema angemessen machen sollte. Und ich sage euch gleich, um was es geht. Es geht um unser Gesundheitssystem, das offensichtlich da niederliegt. Wir kommen da gleich genauer dazu. Warum habe ich so ein Video nicht schon längst gemacht, wenn es mich schon so lange umtreibt? Schlicht und ergreifend aus dem Grund, ich bin kein Politiker, kein Gesundheitspolitiker, ich habe sicherlich nicht die Einblicke ganz tief in die Systeme der kassenärztlichen Vereinigungen und der Geldgeber im Gesundheitssystem, die ganzen Geldflüsse, die da politisch irgendwie gesteuert werden müssen. Da habe ich nicht wirklich richtig viel Ahnung davon. Aber ich arbeite seit vielen, vielen Jahren, jetzt schon seit 17 Jahren direkt im Gesundheitssystem. Ich habe allerdings auch schon während meines Studiums in der Pflege gejobbt. Ich war vor meinem Studium Rettungssanitäterkenner, also auch den Bereich des Rettungsdienstes und wie es dort abläuft. Und ich habe immer noch auch frühere Kollegen und frühere Zivi-Kollegen und so weiter, die heute noch im Rettungsdienst sind. Und wenn ich die treffe, erzählen die mir natürlich auch, wie es auf dieser Seite des Gesundheitssystems funktioniert. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren, eigentlich muss ich sagen, seit meinem 19., 20. Lebensjahr und jetzt bin ich 47, bin ich eigentlich mittendrin in diesem Gesundheitssystem und habe da schon doch einiges miterlebt und habe einiges gesehen, also nicht jetzt medizinisches gesehen, sondern systemisches gesehen und habe mich immer wieder daran aufgerieben. Aber ich wollte eigentlich dieses Video aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht machen, weil es ist immer eine sehr subjektive Sicht, keine sehr objektiv gut recherchierte Sicht. Und natürlich, ich bin Teil des Gesundheitssystems, ich bin angestellter Arzt. Das könnte auch durchaus sein, dass zum Beispiel mein Arbeitgeber mit so einem Video vielleicht sogar seine Probleme hat, aber ich versuche das so klar und subjektiv gefärbt, aber so objektiv wie möglich irgendwie rüberzubringen, ohne jetzt hier irgendwelche Schuldigen anzuprangern oder ähnliches. Mal gucken, ob mir das gelingt. Es soll also jetzt um das Gesundheitssystem in Deutschland gehen. Ich glaube, es ist uns allen in der Zwischenzeit klar, dass wir ein echtes Problem haben. Und es gibt für mich in meiner kleinen Welt eigentlich momentan nur drei ganz, ganz, ganz große, schlimme Themen, die, vor denen ich wirklich riesengroße Angst habe, eigentlich nur zwei Themen, vor denen ich Angst habe. Ein drittes Thema, das mich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt hat. Das können wir abhaken. Das war das Thema Corona. Es hat aber sich entwickelt in eine Richtung, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, wie geht unsere Gesellschaft mit Populismus, mit Fake News und so weiter um. Da habe ich mich sehr tief reingehängt. Seit dem letzten Video haben wir hier sehr viele neue Abonnenten. Also wenn euch sowas interessiert, schaut mal, ich habe einige Videos zum Thema Corona gemacht. Immer nur aus der medizinischen Sicht, aber natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, Fake News, Querdenkertum und so weiter. Also das ist auch etwas, was mir Angst macht. Das zweite ganz große Thema ist natürlich das Thema Umweltzerstörung, Naturschutz und so weiter. Das ist, denke ich, das Zentrale, das Wichtigste, was mich jeden Tag umtreibt und beschäftigt und über das wir auch hier Videos machen. Und das dritte ganz große Thema für mich, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, ist tatsächlich das Gesundheitssystem. Und dass dieses am Boden liegt und da niederliegt, ich glaube, das hat so langsam jeder irgendwie kapiert, weil er es am eigenen Leib irgendwie erfährt. Sei es nur, ihr zieht in eine neue Stadt, sucht einen neuen Hausarzt, findet keinen neuen Hausarzt. Ihr habt Kinder, braucht einen neuen Kinderarzt, seid gerade Eltern geworden, ihr findet keinen Kinderarzt mehr. Euer Arzt hört auf, geht in Rente, hat keinen Nachfolger. Wenn ihr einen Facharzttermin braucht, braucht ihr Monate, um einen Termin zu bekommen. Ich bin Facharzt für Neurologie in einer Praxis und auch zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man bei mir als Neupatient einen Termin haben möchte, geht es in aller Regel, wenn es kein ganz dringender Notfall ist, drei Monate, bis man einen Termin hat. Damit bin ich aber noch relativ gut. Es gibt Fachrichtungen, da wartet ihr über ein Jahr, um einen Termin zu bekommen. Und das sind natürlich diese Dinge, die jeder mitbekommt. Das nächste ist, ihr geht mit euren Eltern, mit euren Großeltern irgendwie in ein Krankenhaus und bekommt einfach mit, wie brüchig diese Versorgung in den Krankenhäusern geworden ist. Kleine Kinder, die jetzt in den letzten Wochen an diesem seltsamen RS-Virus da erkrankt sind, an diesem Erkältungs-Virus, die also da schwerer erkrankt sind, mussten teilweise hunderte Kilometer in andere Kinderkliniken verlegt werden, weil keine Betten mehr da waren. Viele, viele meiner Patienten auch werden jeden Tag, selbst wenn ich sie einweise, selbst wenn ich sie als Notfall einweise, in den Notaufnahmen wieder nach Hause geschickt, weil keine Betten da sind. Und das, nachdem sie stundenlang, fast schon den ganzen Tag irgendwie in einer Notaufnahme ausgeharrt haben. Und trotzdem werden sie am Abend mehr oder weniger unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt. Und das sind langsam Verhältnisse, die eigentlich medizinisch betrachtet nicht mehr tragbar sind. Und das, obwohl, das kann ich euch wirklich aus vollster Überzeugung sagen, 99,9% der Akteure im Gesundheitssystem, Krankenschwestern, Pflegekräfte in Altenheimen, Rettungsdienstpersonal, Ärztinnen und Ärzte, alle geben 150%. Und trotzdem kommt so ein schlechtes System auf der anderen Seite raus, das auch noch offensichtlich chronisch pleite ist. Und das wirklich Entsetzliche ist, dass ich, glaube ich, schon vor 15 Jahren, als ich das Krankenhaus, das Akutkrankenhaus verlassen habe, ich bin dann noch in die Akutpsychiatrie gegangen und da sind die Verhältnisse überhaupt nicht besser, aber etwas anders, schon vor 15 Jahren habe ich irgendwie immer wieder gesagt, wir werden an genau diesen Punkt kommen. Und ich habe immer wieder gesagt, es müssen Menschen sterben, bevor die Gesellschaft irgendwie aufwacht, bevor die Politik vor allem aufwacht. Und ich fürchte, wir sind an dem Punkt, ich fürchte, es sterben Menschen aufgrund einer schlechten Versorgungslage in diesem Land. Und das für ein Land wie Deutschland ist natürlich nicht nur eine mittlere oder große Katastrophe, es ist eine absolute Megakatastrophe, weil vor allem die Probleme jetzt nicht mehr von heute auf morgen zu lösen sind. Das ist nichts, wo man mit einer politischen Stellschraube mal schnell vielleicht sogar viel Geld reinpumpen kann, um das System zu retten. Wir haben jetzt gerade im vergangenen Jahr erlebt, wie die Politik einfach mal 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitstellt. Die 100 Milliarden bräuchte das Gesundheitssystem auf jeden Fall. Aber einfach nur Geld in die Hand zu nehmen, würde nicht reichen. Viele denken ja, naja, gut, man müsste die Krankenschwestern und so, die müsste man einfach nur gut bezahlen, dann machen die schon wieder ihren Job. Ich glaube, genau das ist nicht der Fall. Ich glaube, es geht schon lange nicht mehr um Geld. Und ich werde euch in diesem Video immer wieder auch so kleine Anekdoten aus meinem täglichen Leben, aus meinem Alltag erzählen, die mir Patienten erzählen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Das sind natürlich alles Dinge, die ich persönlich im Krankenhaus auch genauso erlebt habe. Also wer jetzt glaubt, dass Corona der Grund war, dass wir hier jetzt irgendwie ein desolates Gesundheitssystem haben, der liegt absolut falsch. Corona war schlicht und ergreifend nur der Katalysator, der Brandbeschleuniger, der ein bereits völlig ausgebranntes System komplett an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, als ich vor 15 Jahren das Akutkrankenhaus verlassen habe, gab es in einem kleinen Krankenhaus, der, ich glaube, es heißt sogar der Maximalversorgung, aber egal, also ein kleines örtliches Krankenhaus, da gab es schon Intensivpflegekräfte mit 500 Überstunden. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, 500 Überstunden eine Person. Das wäre in keinem Wirtschaftsbetrieb der Welt geduldet, weil Überstunden müssen am Ende des Jahres irgendwo in einer Buchhaltung aufgeführt werden. Und das sind riesen Minusposten, die einfach den Gewinn und so weiter schmälern würden. Und in einer Gesellschaft, wo es immer nur um Gewinnmaximierung geht, sind 500 Überstunden pro Angestellte, sind natürlich nicht alle Angestellten im Krankenhaus, aber ist das ein riesen, riesen Posten. Das würde nicht geduldet werden. Man fragt sich ernsthaft, wo sind da die Gewerkschaften, wo sind da die ganzen Systeme, die ganzen politischen Systeme auch in Deutschland, die so etwas verhindern. Und das habe ich mich, seit ich im Gesundheitssystem arbeite, eigentlich fast jeden Tag gefragt. Aber ich kann euch auch erzählen, dass ich bereits vor 20 Jahren, als ich einen Geschäftsführer einer Klinik darauf angesprochen habe, wie viele Stunden Ärzte jeden Tag machen und im Prinzip völlig unbezahlte Überstunden machen. Ihr müsst euch vorstellen, als ich meine Ausbildung in der Neurologie begonnen habe, da war es völlig normal, dass ich 60 bis 80 Stunden in der Klinik verbracht habe. Ja, ich weiß, Lehrjahren sind keine Herrenjahre, aber nichtsdestotrotz 80 Stunden in der Woche, das ist im Grunde ein 200-Prozent-Job. Von diesen 80 Stunden bin ich aber am Ende, wenn man es genau ausgerechnet hätte, sogar vielleicht noch mit Minusstunden rausgegangen, weil ich 24-Stunden-Dienste gemacht habe, am nächsten Tag nach Hause gegangen bin und am übernächsten Tag eine Minusstunden-Rechnung hatte. Aber es gab auch nie eine Zeiterfassung. Also ich habe nie in meinem ganzen ärztlichen Dasein gestempelt, sozusagen. Und genau so sieht es in ganz, ganz vielen Häusern aus, in ganz vielen Krankenhäusern, vor allem Pflegeheimen aus, dass das Personal im Prinzip keine vernünftige Zeiterfassung macht. Es werden vielleicht mal irgendwelche Stundenzettel von Hand geführt, die dann der Pflegedienstleitung, der Personalabteilung oder sowas zugeschickt werden. Und dort landen sie dann einfach in einem Ordner oder vielleicht sogar gleich im Müll, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich in einem Gespräch schon vor 20 Jahren mit einem Klinikgeschäftsführer gesagt bekommen, Herr Baum, eine Zeiterfassung für Ärzte gibt es hier nur über meine Leiche. Ja, das war schon vor 20 Jahren der absolute Usus in Kliniken. Und da hat sich niemand wirklich drüber aufgeregt, offensichtlich. Die ärztliche Seite, da würde ich jetzt mal, da wage ich mich jetzt mal sehr, sehr weit aus dem Fenster. Und da werden mir vielleicht viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen widersprechen. Aber ich denke, die ärztliche Seite, wir sind relativ gut aufgestellt. Ein Riesenpersonalmangelproblem gibt es auch da, aber zumindest ist das Schmerzensgeld, das man jeden Monat bezahlt bekommt, wenn man in den Kliniken arbeitet, gar nicht so schlecht im Vergleich zum Beispiel zu der Pflege im Krankenhaus. Da ist dann das bezahlte Gehalt nicht wirklich gut. Also ein Arzt kann gut davon leben. Wir haben Missstände im ärztlichen System schon vor vielen Jahren mit den Gewerkschaften Marburger Bund und so weiter tatsächlich abgeschafft bekommen. Man hat zum Beispiel den Arzt im Praktikum das AIP abgeschafft, gerade als ich im System angefangen habe, als Arzt zu arbeiten. Da hatte ich großes Glück. Ich musste also nicht für wirklich einen Hungerlohn von irgendwie 800, 900 Euro im Monat einen vollen Arztjob machen. Das war kurz vor dem, dass ich angefangen habe, noch üblich für eineinhalb Jahre. Also solche Dinge haben die Ärzte erstritten und wurden abgeschafft. Auch es gab Urteile von wegen Bereitschaftszeit ist keine Arbeitszeit. Aber auch da hat das System immer wieder Lösungen gefunden, um das zu umgehen, um das einfach auszuhebeln und dafür zu sorgen, dass Ärzte 80 Stunden Wochen machen und irgendwie am Ende keine einzige Überstunde aufschreiben. Und das Schlimme, was sich im Gesundheitssystem entwickelt hat in diesen 20 Jahren, ist, dass es zwar bei den Ärzten abgeschafft wurde, aber zum Beispiel im Rettungsdienst, da weiß ich, dass es absolut üblich geworden ist, dass 24-Stunden-Schichten gemacht werden, die als Bereitschaft gelten. Die Leute sind vor Ort, sitzen auf der Rettungswache. Okay, sie dürfen theoretisch, wenn nichts los ist, sich ein bisschen hinlegen. Aber sie müssen jederzeit in ihre Stiefel springen und losfahren mit einem Rettungswagen, mit einem Notarztwagen, mit einem Feuerwehrauto oder was auch immer und ihren Job machen. Die sind nicht zu Hause. Das ist keine Bereitschaft. Also das sind alles Dinge, die gibt es schon eigentlich seit Jahrzehnten im Gesundheitssystem. Und jetzt wundern wir uns alle, dass es so gekommen ist, wie wir es gerade erleben. Und was wir gerade erleben, ist, dass ich in letzter Zeit immer wieder Patientinnen und Patienten vor mir sitzen habe. Junge Pflegekräfte, junge medizinische Fachangestellte, teilweise in Ausbildung, die mir unter Tränen erzählen, dass sie das System verlassen. Und die suchen nicht einen anderen Job, in einem anderen Krankenhaus, in einem anderen Pflegeheim, sondern die gehen wirklich aus dem System raus. Und das unter Tränen. Die erzählen mir, dass sie es nicht mehr schaffen, nicht mehr aushalten, so verheizt zu werden. Und das ist genau das, was passiert. Es wird verheizt. Also leider auch selbst in dieser kleinen Einheit Arztpraxis werden offensichtlich medizinische Fachangestellte, auch Azubis verheizt. Ich habe Situationen erlebt, dass ich eine junge Krankenschwesternschülerin krankschreiben wollte, weil sie wirklich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem hatte, Bandscheibenvorfall. Und das Mädchen fängt an zu weinen und sagt, sie kann nicht krank machen. Sie ist alleine auf Station. Eine Krankenschwesternschülerin versorgt alleine eine Station in einem Krankenhaus und weiß, wenn sie nicht klarkommt, kann sie auf der anderen Station anrufen und dann kommt vielleicht mal jemand vorbei und hilft ihr. Das sind Dinge, da sitze ich da und fall fast rückwärts vom Stuhl, weil ich denke nicht nur an diese Krankenschwester, die da sitzt und völlig desolat und kaputt ist, mit einem Bandscheibenvorfall sich zur Arbeit quält, sondern ich denke tatsächlich auch an die Patienten. Wenn es mich trifft, wenn es meine Eltern trifft, meine Großeltern getroffen hätte und die sind in so einem Krankenhaus, wo eine Krankenschwesternschülerin alleine eine ganze Station mit vielleicht 15 oder 20 Betten versorgen soll, das ist eine Katastrophe. Aber wir können das auf die Altenpflegeheime übertragen. Dort weiß ich aus der täglichen Erzählung, dass Altenpflegekräfte alleine Nachtdienst machen, nicht für eine Station, sondern teilweise für ein ganzes Haus. Das heißt, wenn die Oma Müller irgendwo im ersten Stock aus ihrem Bett fällt, dann kriegt das je nachdem niemand mit, weil keine Kranken-Altenpflegekraft oder Krankenschwester oder irgendjemand da ist, der auf dieser Station seinen Dienst tut. Und wenn die Altenpflegerin gerade einer älteren Person auf die Toilette hilft und es klingelt im dritten Stock, dann kann sie da nicht hingehen. Es dauert teilweise Stunden, bis sie überhaupt dazu kommt, sich um irgendeinen anderen Patienten oder Bewohner zu kümmern. Wir reden hier nicht von Einzelfällen, das müssen wir uns wirklich klar machen. Das ist genau das, was über so viele Jahre gepredigt wurde und gelogen wurde, dass es immer hieß, ja, das sind Einzelfälle, das sind keine gut geführten Häuser. Und wenn so ein Haus irgendeiner Qualität unterliegen würde und qualitätszertifiziert wäre, dann wäre das alles nicht passiert, diese Einzelfälle, diese bösen. Und wir haben alle unsere Häuser, alle Arztpraxen, alle Krankenhäuser, alle Altenpflegeheime in der Zwischenzeit, haben sie doch zu 90 Prozent irgendein blödes Qualitätssiegel an der Tür kleben, nach ISO schieß mich tot zertifiziert. Ja, aber das steht auf dem Papier. Für diese Zertifizierung wird schlicht und ergreifend der Tag, der Alltag, der Klinik, des Pflegeheimes einfach mal für einen Tag auf links gedreht. Und es wird eine heile Welt suggeriert. An dem Tag, wo die Prüfer kommen, die das zertifizieren, da sind alle Stationen übermäßig gut mit Personal besetzt. Die Leute, die diese Qualitätsinterviews, diese Audits führen, also von der Pflege, die werden vorher schier mit Peitschen getrimmt, da sie in- und auswendig wissen, was in ihrem Qualitätshandbuch drinsteht, dass sie es wirklich im Schlaf runterbeten können. Das können die, aber sie könnten es im Alltag nicht umsetzen. Das muss man sich mal klar machen. Das Pflegepersonal, das ärztliche Personal, das Reinigungspersonal, die Hausmeister in den Kliniken, die Leute an der Pforte und so weiter und so fort, die wissen, wie es eigentlich gehen sollte. Aber sie können diesen Job keinen einzigen Tag im Jahr wirklich so machen, wie sie ihn machen sollten. Aber der Arbeitgeber hat ein Siegel an der Tür kleben. Wir sind qualitätszertifiziert hier bei uns. Passiert sowas garantiert nicht. Wir müssen also feststellen, alle in diesem System sind völlig verheizt. Und sie werden jeden Tag noch mehr verheizt. Und ganz viele gucken, dass sie so schnell wie möglich Land gewinnen. Respekt vor den einzelnen Arbeitnehmern in diesem System gibt es einfach nicht. Das Sagen haben in Krankenhäusern, im Pflegeheim weiß ich es nicht, da habe ich nie gearbeitet, aber in Krankenhäusern haben das Sagen wirklich die Verwaltungsfachangestellten. Die Geschäftsführer, die CEOs einer Privatklinik oder was auch immer oder eines Konzerns, die haben das Sagen. Und die regieren einzig und alleine mit dem Taschenrechner. Ich habe das persönlich erlebt, als ein Chefarzt, der zum Klinikdirektor ernannt wurde, also sprich, er führt quasi die gesamte Klinik, dem wird bei der offiziellen Einführung zum Klinikdirektor vom Geschäftsführer der Klinik vor versammelter Mannschaft gesagt, glauben Sie bloß nicht, dass Sie hier was zu sagen haben. Also, sprich, Chefärzte haben schon gar nichts mehr zu sagen in der Klinik, sondern das sind die Geschäftsführer. Die machen mit spitzer Feder nichts anderes, als den ganzen Tag ausrechnen, wo das böse Personal zu viel Geld ausgibt. Auf der anderen Seite kann ich es den Geschäftsführern gar nicht vorwerfen, weil das sind die Bedingungen, die das Gesundheitssystem schon vor vielen, vielen Jahren geschaffen hat. Die Agenda 2010 hieß das damals, das war unter unserem Bundeskanzler Schröter, die hat genau diesen Weg vorgezeichnet. Da wurden die sogenannten Fallpauschalen eingeführt, die DRGs, nach denen Krankenhäuser abrechnen. Ihr habt das sicherlich alle in den letzten Wochen zur Genüge im Fernsehen, im Radio, überall gehört, dass unser Gesundheitsminister Herr Lauterbach jetzt diese Fallpauschalen wieder ein bisschen zurückziehen will, dass sie nicht mehr ganz so wichtig sind, dass das Bezahlen einer Behandlung nicht mehr nur über Fallpauschalen geschehen soll. Aber Herr Lauterbach muss sich leider sagen lassen, das sind die Geister, die er selber gerufen hat, weil er war einer der maßgeblichen Architekten dieses Systems. Er hat in der Regierung Schröter als medizinischer Berater der SPD damals quasi dieses System vorangetrieben. Und es wurde dreist gelogen damals, man hat immer wieder auch uns im Gesundheitssystem verkauft, das sei ein System, das schon in anderen Ländern wie zum Beispiel Australien wunderbar funktionieren würde. Was man uns verschwiegen hat, war, dass diese DRGs, also diese Ziffern, nach denen abgerechnet wird, in Australien nicht zum Abrechnen verwendet worden sind, sondern zur statistischen Erfassung der Krankheiten. Zur statistischen Erfassung, um zu schauen, was macht das Krankenhaus, wie viele Blinddarmpatienten rechnet das Krankenhaus ab oder behandelt das Krankenhaus, wie viele Infektionserkrankungen gibt es überhaupt in dem und dem Krankenhaus und so weiter und so fort. Damit hat man Statistik gemacht, man hat nicht abgerechnet. Man hat sehr gute Medizinstatistik damit gemacht, aber niemals abgerechnet. Das haben wir hier in Deutschland versucht und es ist einfach nur kläglich gescheitert. Das Problem an der ganzen Sache, das ich sehe, und da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, das ist jetzt einfach so ein bisschen meine eigene Interpretation von Gesundheitspolitik, ist, dass gar nicht so wenig Geld im System ist. Ich glaube, dass Akutkrankenhäuser, die eine Sache vorhalten müssen, also Notaufnahmen, Intensivstationen und so weiter. Ich glaube, mit solchen Systemen ist einfach kein Geld zu verdienen. Und es ist schrecklich und fatal, wenn man das verlangt. Wenn man will, dass Krankenhäuser wirklich Gewinne erwirtschaften oder vielleicht sogar eine schwarze Null erwirtschaften. Ich bin in der Zwischenzeit nach all den Jahren auch so erzogen, dass Wirtschaftlichkeit, das muss doch gehen und das muss doch irgendwie möglich sein. Aber die schwarze Null wäre das Maximum, was ich vielleicht noch mir vorstellen könnte, was man verlangen kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass mit anderen Teilen wirklich richtig viel Geld verdient wird. Also sprich mit Altenpflegeheimen, weil die schießen wie die Pilze aus dem Boden. Irgendjemand verdient damit Geld. Im niedergelassenen Bereich ist es so, dass es genug Arztpraxen gibt, einzelgeführte Arztpraxen, die Jahresgewinne von vielen hunderttausend Euro erwirtschaften. Also ich möchte keinem einzigen Kollegen oder keiner einzigen Kollegin ihren Salär irgendwie absprechen, aber das zeigt doch, dass schon Geld zu verdienen ist. Aber ich weiß auch, weil ich auch in diesem System arbeite, dass von diesen großen Gewinnen ganz viel nicht mit dem kassenärztlichen System erwirtschaftet wird, sondern mit sogenannten Igelleistungen, also mit Leistungen, die der Patient selbst bezahlen muss, die also nicht von der Krankenkasse übernommen werden und so weiter. Und wenn ich das Ganze dann noch ein bisschen straff organisiere, hauptsächlich Leistungen anbiete, die ich gut abrechnen kann, die mir Geld bringen, dann kann ich natürlich auch Geld verdienen mit sowas. Und zwar ganz ordentlich auch über das Kassensystem, also sprich das, was wir alle jeden Tag, jeden Monat quasi finanzieren. Also wir geben jeden Monat, gibt jeder von uns relativ viel Geld für seine Krankenkasse aus, aber wir können es uns alle nicht aussuchen. Wir sind staatlich verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, dieses Geld abzugeben und die Krankenkassen, über 100 an der Zahl in Deutschland, könnte man auch mal darüber nachdenken, ob das notwendig ist, die machen dann mit dem Geld das, was sie jeden Tag machen. Und das gesamte System ist so aufgebaut, dass immer nur die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Also die Krankenkassen stellen Regeln auf, sagen, was die Ärzte dürfen, was sie nicht dürfen, was die Krankenhäuser abrechnen dürfen, was sie nicht dürfen. Das wird ständig neu verhandelt. Man verhandelt mit der Pharmaindustrie, die natürlich auch viel, viel Geld verdienen will und das auch tut. Wie teuer ein Medikament sein darf, das wiederum, das haben wir jetzt auch gesehen, führt dazu, dass die Krankenkassen manchmal so die Preise für Medikamente, für banale Geschichten wie Antibiotika, Schmerzmittel usw. runterdrücken, dass die Pharmafirmen quasi, um das überhaupt noch gewinnbringend anbieten zu können, gezwungen sind, das irgendwo im fernöstlichen Ausland produzieren zu lassen. Wenn da irgendwie eine Fabrik abbrennt, wenn ein Schiff nicht ankommt in Europa, weil es im Suezkanal feststeckt oder weil es, keine Ahnung, irgendwie Stürme gibt oder sowas, dann haben wir monatelang, wochenlang bestimmte Medikamente einfach nicht, die sind nicht lieferbar. Und ihr seht, das ist alles dieses völlig verrückte, rein wirtschaftliche System, mit dem das Gesundheitssystem funktionieren soll. Auf der einen Seite haben wir einige Player, die richtig Geld verdienen. Das ist die Pharmaindustrie hauptsächlich, die richtig Geld verdient. Auf der anderen Seite sind es aber auch durchaus Pflegeheimbetreiber, private Ärzte, die Geld verdienen, sollen sie auch für ihre Arbeit. Aber, ja, ordentlich Geld verdienen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die ganzen Leute im Gesundheitssystem, die völlig, völlig ausgebrannt sind. Also ihr seht, da ist eine völlige Fehlbalance entstanden, wie das ganze System funktioniert. Und jetzt fällt es uns auf die Füße. Und jetzt plötzlich haben wir einen riesengroßen Scherbenhaufen, den wir garantiert nicht einfach mal so mit ein bisschen Geld ins System pumpen, lösen können. Aber warum können wir es nicht mit Geld lösen? Einfach, weil die Leute nicht mehr da sind. Ich habe erst vergangene Woche mit einem Menschen gesprochen, der eine Pflegeschule leitet, also quasi als Schuldirektor. Und er tut sich schwer damit, jungen Menschen noch diesen Beruf zu empfehlen. Und ich kenne den Mann schon sehr, sehr lange. Und ich weiß, wie sehr er für seinen Job als Lehrer brennt. Und ich weiß aber auch, wie sehr er für den Beruf der Pflege brennt. Also ich habe ihn sogar häufig in der Ausbildung von jungen Pflegekräften erlebt. Das ist wirklich seine Lebensaufgabe. Dafür steht der Mann seit vielen Jahren jeden Morgen auf und er sitzt da und zweifelt quasi an seinem eigenen Job. Und nicht, weil irgendjemand in der Pflege einen schlechten Job gemacht hätte oder weil er einen schlechten Job gemacht hat. Nein, das System erlaubt es eigentlich fast nicht mehr, in diesem Beruf, in diesen Berufen noch irgendwie glücklich und zufrieden zu werden. Also eigentlich ist es so ein Thema, das sich durch unsere gesamten Sozialsysteme zieht. Also ich glaube, wir können auch in den Bildungsbereich schauen, egal wo. Das sind alles Systeme, mit denen eigentlich nicht wirklich produktiv Geld verdient wird. Mein Sprüchlein war immer, ich bin doch hier im Krankenhaus nicht irgendwo in der Fabrikhalle und stanze Flacheisen, sondern ich behandle Patienten. Wir alle versuchen irgendwie Menschen gesund oder gesünder zu machen. Und das Ganze soll irgendwie produktiv sein. Das widerspricht sich total. Und ich meine, wir haben Privatfirmen im Gesundheitssystem, die Aktien notiert sind, die Börsen notiert sind. Da ist das Grundprinzip die Gewinnmaximierung. Und was sehen wir? Wir sehen, dass private Klinikbetreiber einfach irgendwelche Kliniken zumachen, weil sie sich nicht mehr rentieren. Und unterm Strich muss man aber sagen, naja, auf der einen Seite haben sich da vielleicht die Abrechnungsmodalitäten verändert. Das, was die Klinik angeboten hat, ist plötzlich seit ein paar Jahren nicht mehr viel Geld wert. Früher hat man damit Geld verdienen können, jetzt nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat man aber auch es verpasst, das Personal zu halten und zu gewinnen und dazu zu bringen, wirklich wieder gerne da zu arbeiten. Ich habe auch neulich zu einem Klinikgeschäftsführer gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn Sie den Leuten einfach mal 35 anstatt 28 Tage Urlaub anbieten würden. Wenn Sie den Leuten eine 38 Stunden Woche anbieten würden, anstatt einer 40 Stunden Woche plus. Viele Überstunden, die niemand dokumentiert oder niemand mehr ausgleichen kann. Und wie wäre es denn, wenn Sie dann dafür sorgen, dass Sie ein verlässliches Dienstplansystem haben. Also, ihr müsst euch vorstellen, in der Pflege, die wissen nicht, wie sie morgen arbeiten, je nachdem. Permanent müssen sie einspringen und das ist auch nicht erst seit Corona so. Und diesen riesen Personalmangel, den haben wir auch nicht erst seit Corona, den haben wir schon vor 10 Jahren gehabt und den haben wir auch locker schon vor 15 Jahren gehabt. Er ist nur immer noch dramatischer geworden und jetzt lässt er sich einfach nicht mehr ausgleichen. Und die Leute haben so viele Überstunden gemacht und sind so ausgebrannt, dass es wirklich einfach überhaupt nicht mehr geht. Und ja, und die Antwort dieses Klinikgeschäftsführers war ja, was glauben Sie, wie viel das kostet? Das würde ja bedeuten, 35 Tage Urlaub, 38 Stunden Woche, das würde ja bedeuten, dass ich pro Pflegekraft eine Viertelspflegekraftstelle mehr brauche, um das wieder auszugleichen in Urlaubszeiten und so weiter. Ja, ich habe mir dann so gedacht, naja, das wäre genau die Lösung. Genau das wäre die Lösung auch des letzten Themas, nämlich verlässliche Dienstpläne. Habe ich genug Personal im System, um Urlaubszeiten auszugleichen, um Krankheitsphasen ein bisschen auszugleichen? Ja, okay, solche Katastrophen wie jetzt die Corona-Welle, wo wirklich wahnsinnig viele Leute erkranken und einfach aufgrund von dieser pandemischen Situation dann nicht mal mehr in ihren Berufen arbeiten dürfen, also können, müssen sich isolieren, müssen zu Hause bleiben und so weiter. Solche Katastrophen haben wir, so eine Katastrophe haben wir tatsächlich im Gesundheitssystem noch nie erlebt. Wir haben jedes Jahr gibt es Infektionswellen mit Noroviren und so weiter, die teilweise die Krankenhäuser schon seit vielen Jahren immer wieder so ein bisschen an den Rand bringen, weil dann eben auch viel Personal erkrankt. Und ganz ehrlich, wenn ihr mal ein Norovirus habt, dann könnt ihr nicht mehr arbeiten. Also das geht einfach nicht. Da ist man einfach richtig, richtig krank für ein paar Tage. Und das hat die Kliniken schon immer erschüttert, aber jetzt war es halt besonders schlimm. Also das rechnen wir jetzt mal raus, aber selbst ohne Corona war es eigentlich schon fast nicht mehr zu leisten. Und eben diese Unzuverlässigkeit des Dienstplanes. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, eine 80-Stunden-Woche als Arzt, da ist man nicht mehr viel zu Hause. Da bleibt nicht viel Freizeit oder Ähnliches übrig. Und trotzdem müsst ihr ja noch irgendwie euer Privatleben organisieren, eine Familie irgendwie versorgen, bespaßen und so weiter. Also so ganz so einfach ist das eben irgendwann nicht mehr. Und also diese Unzuverlässigkeit der Dienstpläne. Ich vergleiche das immer auch, auch das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Wenn ich einem Patienten, der irgendwo in der Industrie arbeitet, mit Schichtsystem, wenn ich dem sage, also wir sehen uns dann in einem Vierteljahr wieder zu einer Verlaufskontrolle, dann geht der zur Anmeldung und kann auf seinem Dienstplan ablesen, wie er in drei Monaten arbeitet. Wenn ich das zu einer Krankenschwester sage, die lacht sich tot. Das läuft immer gleich. Die gehen zur Anmeldung und sagen, wir machen jetzt mal den Termin. Ich werde ihn halt wahrscheinlich dann zwei Tage vorher absagen müssen, weil ich da halt dann spätfrüh weiß ich was habe. Sowas wie Wunschdienstpläne oder sowas, das gibt es auf dem Papier. Das wird auch jeden Monat wieder neu gemacht. Und natürlich versuchen die Pflegedienstleitungen und die Stationsleitungen alles, um diese Dienstpläne irgendwie einzuhalten. Aber in der Realität ist das schon lange überhaupt nicht mehr möglich. Na ja, jetzt kommen wir mal zu dem Bereich, in dem ich jeden Tag arbeite. Die niedergelassene Arztpraxis. Ihr wisst aus eurer wahrscheinlich eigenen Erfahrung, dass es da auch nicht viel besser aussieht. Und es liegt nicht daran, dass die alle keine Lust haben, dass die alle nur irgendwie 30 Stunden arbeiten wollen und sich einen faulen Lenz machen. Nein, die haben alle richtig viel zu tun. Aber natürlich werden viele, viele Behandlungen, Untersuchungen und so weiter gemacht, die Geld bringen müssen, damit das ganze System sich überhaupt noch lohnt zu einer Arztpraxis. Und auch da werden sicherlich Ressourcen vergeudet. Aber es ist einfach so, für das Gespräch mit dem Patienten bekomme ich als niedergelassener Arzt in den meisten Fällen so gut wie nichts mehr. Das sieht natürlich beim Psychiater anders aus. Da kann ich viel anderes machen. Aber bei mir als Neurologe ist einfach nur dieser Termin, das Gespräch mit dem Patienten von 10 Minuten. Und das ist schon richtig Luxus. Das ist vergütet irgendwie mit, ich weiß, den Punkt wäre gerade auch nicht gerade auswendig, aber sagen wir mal 27 Euro. Wenn ich dann aber noch ein EEG schreibe, eine Nervenmessung mache oder sowas, dann kriege ich das alles zusätzlich vergütet. Und wenn ich damit Geld verdienen muss, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass so ziemlich jeder Patient irgendwie diese Untersuchungen bekommt. Und dann muss ich natürlich wieder Personal haben, dass das Ganze auch managt und je nachdem sogar durchführt. Ich muss es dann aber auch alles auswerten. Und das Ganze muss natürlich heute auch unter entsprechenden Qualitätskriterien ablaufen. Und dazu kommt, dass eben dieses ganze System dieser kassenärztlichen Verwaltung und so, das funktioniert einfach schon seit vielen, vielen Jahren immer nicht mehr. Der Bedarf wird nicht mehr richtig erfasst. Also man hört ja immer wieder, dass junge Kolleginnen und Kollegen sich niederlassen wollen und es nicht dürfen, es nicht können, weil sie in dem Sperrgebiet sind. Und wenn aber ältere Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen, dann können sie nicht mehr ersetzt werden, weil eben die Jungen nicht mehr da sind, die Jungen auch nicht mehr bereit sind, das Risiko einer Selbstständigkeit in diesem System einzugehen. Und das ist wirklich relativ grässlich, glaube ich. Also ich berichte alles, was ich euch hier erzähle, da berichte ich wirklich aus einem Elfenbeinturm. Ich bin angestellter Arzt. Ich kriege mein Geld. Ich kriege meinen Urlaub. Ich mache quasi meinen Job. Um ganz, ganz vieles kümmert sich mein Arbeitgeber. Mein Arbeitgeber kümmert sich sogar darum, wenn ich irgendwelche Regresse von der Krankenkasse bekomme oder irgend so ein Mist. Das sind Dinge, das zermürbt die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ohne Ende. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ihr könnt nicht mehr einfach nur Medizin machen. Ihr könnt einfach nicht mehr das machen, was zum Beispiel die wissenschaftlichen Leitlinien euch empfehlen, weil da viele Medikamente drinstehen oder Behandlungsmethoden drinstehen, die Off-Label sind. Also außerhalb der eigentlichen Zulassung des Medikamentes. Schaut euch mal das Video von mir an zum Thema Off-Label-Gebrauch. Ich verlinke es euch hier oben, damit ihr versteht, was Off-Label bedeutet. Oder auch es gibt Methoden, wo wir wissen, dass sie durchaus wirkungsvoll sind. Sowas wie Akupunktur oder Osteopathie oder sowas. Und die werden von den Krankenkassen einfach nicht bezahlt. Also ist das auch nichts, was wir im kassenärztlichen System anbieten können. Und es ist im Prinzip auch so, dass dieses ganze System auch nur noch zu Tode verwaltet wird. Und ich habe jetzt gerade heute einen wahnsinnig klugen Satz gelesen von einem Kollegen, der eine Rundmail geschrieben hat, wo es eben um diese wahnsinnige Mangellage an Ärzten geht. Also jetzt gerade hier bei uns im Ortenau-Kreis ein Riesenmangel an Kinderärzten. Das wird wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen nicht anders aussehen. Also sowohl die Kinderkliniken sind völlig am Anstrengung, aber auch die niedergelassenen Kinderärzte. Und jetzt gehen da noch welche in Rente. Dann gibt es einfach keine Kinderärzte mehr in der Stadt. Und es scheint auch keine Nachfolger zu geben. Und ich habe diesen Satz, ich lese ihn euch einfach mal vor. Die Instrumente, die unsere Körperschaften wie die Kassenärztliche Vereinigung über die Jahre entwickelt haben, taugen zwar dazu, ein Überangebot an Ärztinnen zu reglementieren, aber nicht um eine Mangelsituation wie jetzt zu bewältigen. Das heißt, man hat sich über viele, viele, viele Jahre eigentlich nur Gedanken gemacht, zu sanktionieren und runterzudrücken, zu gucken, dass nicht zu viele von dem Töpfchen da mitessen und dass da schön das Geld immer im Fluss bleibt und so weiter. Aber mit einer Mangelsituation, auf die wir seit vielen Jahren zusteuern, hat sich nie jemand beschäftigt. Und es ist auch so, dass ihr müsst euch das vorstellen, wenn wieder neue Dinge eingeführt werden, neue Regeln, neuere Gesetze, sei es ein Terminservicegesetz oder was auch immer, dann wird das einfach von oben drüber gestülpt. Und die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen müssen das einfach irgendwie lösen. Müssen einfach gucken, wie sie das in ihren Praxisalltag unterbringen. Neben all dem, was sie sowieso schon machen, nämlich die Patientenversorgung und diese riesige Bürokratie und die ganzen Anträge und Rentenversicherungsgeschichten und Gutachten, Gut für Gutachten wird man noch bezahlt. Aber so viele müssen ja auch noch ihren eigenen Wirtschaftsbetrieb, nämlich die Arztpraxis, irgendwie verwalten und führen, also sprich Steuern bezahlen und 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 Miete und alles Mögliche, was da so anfällt. Und das muss man sich ja auch noch kümmern. Und jetzt wird halt wieder irgendein neues Gesetz gemacht, um wieder irgendwie ein kleines bisschen eine Lücke zu stopfen, dass die Patienten ja so schwer Termine kriegen. Also macht man ein Terminservicegesetz und ein Notfallsprechstundengesetz und von oben hört man immer nur, also von den krassen ärztlichen Verwaltungen oder Vereinigungen hört man immer nur, ja, das ist Gesetz, das können wir auch nicht ändern. Das wird in Berlin gemacht. Und es stimmt, das ist so. Also ich habe auch wirklich zunehmend den Eindruck, dass die krassenärztlichen Vereinigungen auch überhaupt nicht mehr den Überblick haben. Ich kann mich an genau diese Fortbildung vor ein paar Jahren erinnern, als ich in Freiburg saß und dazugehört habe, als dieses Terminservicegesetz erklärt und eingeführt wurde. Da hat die Vorsitzende der krassenärztlichen Vereinigung Südbaden ein Schaubild gezeigt und hat gesagt, so langsam blicken auch wir da nicht mehr durch. Und das war ein Schaubild, wo einfach mal aufgezeigt war, ich würde es euch wahnsinnig gerne einblenden, ich habe aber dieses Schaubild nicht, wo einfach mal aufgeführt war, wer, wann, wie, wen bezahlt und welche Verbindungen zwischen Krankenkasse, KV, Ärzten und so weiter. Und Krankenhäusern, ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, teilstationäre Versorgung und, 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 und. Wer da wie, wo, was macht. Das ist alles hochreglementiert, aber es blickt irgendwie niemand mehr so richtig durch. Und das End vom Lied ist einfach nur, dass jeder sich in diesem System über viele Jahre einfach nur noch dem ergeben und hingegeben hat und wenn er Geld damit verdienen konnte, dann auch noch seinen eigenen Nutzen daraus gezogen hat. Und das ist aber auch ein Punkt, den ich der, den ich wirklich den Ärzteschaften irgendwie so ein bisschen vorwerfe. Ich glaube, dass wir gar keine gute Lobbyarbeit gemacht haben, also seit vielen Jahren. Jetzt kann man mir vorwerfen, ja, wärst du doch mal, hättest du dich mal wählen lassen in die Ärztekammer und weiß ich wohin. Ja, das hätte ich tun können, ich hätte politisch aktiv werden können, aber ich glaube, ich war schon zu Beginn meiner Laufbahn als Arzt völlig desillusioniert, weil ich ja immer nur erlebt habe, naja, das ist so, das müssen wir umsetzen, das kommt von oben. Also sprich, eine vernünftige Lobbyarbeit hat gar nicht stattgefunden. Und eigentlich müsste man ja erwarten, dass eine ärztliche Lobbyarbeit nicht nur darauf achtet, dass wir hier alle noch genug Geld verdienen, sondern eben auch, dass unsere Patientinnen und Patienten vernünftig versorgt sind in diesem System. Und genau diese Lobbyarbeit hat nie wirklich stattgefunden. Also wo sind die Unterschriftenaktionen, wo sind die, der Druck auf Berlin gewesen, damals sogar vielleicht noch auf Bonn, was anders zu machen, ein Gesetz eben nicht zu bringen oder es noch besser hinzukriegen, als es vielleicht aus dem Bundesgesundheitsministerium rausgekommen ist und so weiter. Also da hat man auch ganz, ganz, ganz viel, meiner Meinung nach, viel Lobbyarbeit versäumt und nicht gut gemacht. Und es liegt aber auch so ein bisschen dran und da sage ich jetzt vielleicht auch was, was vielen nicht schmecken dürfte. Ich habe den Eindruck, dass Ärzte einfach wahnsinnig gute Befehlsumsetzer sind. So sind wir aber auch getrimmt, schon vom Studium her, lernen auswendig halt einfach das Maul und mach's einfach. Das ist so ein bisschen das deutsche Ausbildungssystem, vor allem in den ersten zwei Jahren ist das so. Und es wird wahnsinnig getrimmt und wahnsinnig auf Hierarchien gesetzt und auf Obrigkeitshörigkeit. Das wird echt in einen Arzt hineingeprügelt. Heutzutage, ich habe den Eindruck, früher war das noch ein bisschen anders, früher als noch diese Halbgötter in Weiß mehr gab. Das mag ich überhaupt nicht. Ich mag dieses Überhöhen von der Berufsgruppe eigentlich überhaupt nicht, aber eines muss man sagen, die haben sich noch was getraut. Die haben noch Widerstand geleistet. Die haben auch noch einfach ihr Ding gemacht, das sie für medizinisch richtig und notwendig gehalten haben. Die wurden aber auch nicht von der Klinikleitung zurückgepfiffen. Die wurden auch nicht sanktioniert, ohne Ende mit tausenden von Euro Regress überzogen. Aber die haben schon mal noch auf den Tisch geklopft und die haben vielleicht mal noch bei einem medizinischen Dienst der Krankenkassen persönlich angerufen und haben gesagt, so Herr Kollege, Frau Kollegin, jetzt möchte ich auch mal Klartext reden. Was haben Sie da für einen Schwachsinn entschieden? Warum lehnen Sie die Medikamente ab oder warum machen Sie das und das? Dazu kommt man heute gar nicht mehr. Das ist ein riesen, riesen Aufwand. Es schaffen noch ein paar Uniklinikambulanzen manchmal Sonderanträge für Medikamente zu stellen und so weiter, weil sie vielleicht irgendwie noch das Personal irgendwo sich abknapsen und weil sie wirklich eine ganz, ganz kleine Spezialambulanz sind. Da kann man noch Sonderanträge stellen. Aber ich kann euch sagen, das ist im täglichen Arbeitsalltag echt schwierig geworden. Also wenn ich medizinisches Cannabis verordnen möchte, dann muss ich das bei der Krankenkasse beantragen. Das ist ganz schön aufwendig. Das ist ein relativ großer Antrag. Da muss man auch ein bisschen gut argumentieren. Und in der Zwischenzeit wird es zu 90 Prozent eigentlich sowieso abgelehnt von den Krankenkassen. Sei das jetzt medizinisch sinnvoll oder nicht, das möchte ich jetzt mal da hinstellen. Aber es ist ein Aufwand, der eigentlich nicht wirklich bezahlt wird. Und vor allem, und das ist wieder mal das Ende vom Lied, von dem am Schluss der Patient überhaupt nichts hat. Also das ist das wirklich Traurige daran. So, und jetzt? Wie lösen wir das Ganze jetzt? Wie kehren wir diesen Scherbenhaufen zusammen? Ich weiß es auch nicht. Das ist das, was mich tatsächlich ganz persönlich auch auffrisst und umtreibt. Ich habe viel, viel Kritik und überhaupt keine Lösung dazu. So ein bisschen schlägt da wahrscheinlich mein sozialistisches Herz dafür, viel mehr wieder in staatliche Obhut zu geben, sozusagen. Also diese vielen Krankenkassen, die nun mal alle Geld verdienen, die alle eine Vorstandschaft bezahlen, eine Werbeabteilung bezahlen, einen schönen Bürobau irgendwo bezahlen. Ob wir da über 100 Krankenkassen brauchen, sei mal dahingestellt. Ich meine, die SPD hat ja schon seit vielen Jahren die Idee der Bürgerversicherung, also dass wir ein einheitliches, vielleicht sogar staatliches Versicherungssystem haben, wo eine klare Leistung definiert ist, was diese Versicherung bringt. Und die dann aber hoffentlich ein bisschen billiger wäre. Und drüber hinaus muss dann jeder einfach gucken, dass er sich noch privat versichert. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, dass es im Ausland, wo wir viele staatliche Gesundheitssysteme haben, sei das in England oder in Frankreich, auch nicht wirklich gut läuft. Die sind finanziell auch nicht gut aufgestellt. Es ist wie immer in solchen Diskussionen, dass das die Skandinavier irgendwie besser hinbekommen. Da sind oder auch zum Beispiel die Niederländer bekommen vieles besser hin. Die haben ganz andere Versorgungsstrukturen in den Niederlanden. Also da ist das ambulante Wesen sehr viel besser aufgebaut. Es gibt zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, in den Niederlanden gibt es sehr, sehr, sehr viel weniger Geburten in Krankenhäusern. Da sind Hausgeburten fast schon normal. Das heißt aber natürlich auch, es gibt viele niedergelassene Gynäkologen. Es gibt viele Hebammen, die sich dann darum kümmern, die die Hausgeburten durchführen. In Deutschland haben wir die niedergelassenen Hebammen mehr oder weniger mit einer winzigen Gesetzesänderung einfach kaputt gemacht. Es gibt fast keine Hebammen mehr, weil die müssten sich so hoch versichern, dass dieser Beruf einfach nicht mehr hergibt. Also das wird einfach nicht bezahlt, was da verlangt wird. Und auf der anderen Seite macht man aber viele, viele kleine Krankenhäuser zu, viele geburtshilfliche Stationen zu. Der Beruf der Hebamme wird immer unattraktiver. Junge Menschen lernen das nicht mehr als Beruf, weil es eben unattraktiv ist. Und es ist wieder mal nur ein kleines Beispiel für genau das, was überall läuft. Und in den Niederlanden zum Beispiel hat man dieses ambulante System eben aufrechterhalten und sogar ausgebaut. Genauso irgendwelche kleinen chirurgischen Eingriffe und so weiter. Das ist aber schon lange, lange dort gewachsen, diese Struktur. Und bei uns eben nicht. Bei uns hat man gesagt, naja gut, man macht das mit den Fallpauschalen. Diese Idee hatte man ja eben schon vor vielen Jahren. Das heißt, die Krankenhäuser gucken, dass sie die Liegezeiten der Patienten so gering wie möglich halten. Die sollen dann wieder raus, so schnell wie möglich. Hat aber niemand so richtig darüber nachgedacht, wie die dann weiter versorgt sind. Weil das kassenärztliche System hat ja gesagt, nein, wir sind hier mit Chirurgen und niedergelassenen Hausärzten und so schon völlig überversorgt. Man hat ja schön geguckt, wie ich vorhin den Kollegen zitiert habe, dass man bloß keine Überversorgung finanziert und kein Überangebot hat, sondern es schön unterm Deckel hält. Aber dann hat man ein System eingeführt, wo plötzlich sehr viel mehr ambulante Versorgung verlangt. Und die ist halt einfach nicht mitgewachsen und nicht da. Und dann haben wir genau diese Misere, in der wir jetzt sitzen. Und das ist das Kranke an diesem System, das wir haben. Und ich habe die Einführung der Fallpauschalen im Krankenhaus, also die praktische Umsetzung, im Krankenhaus miterlebt. Und wir jungen Ärzte und die ganzen Oberärzte und alle, auch die Chefärzte, haben gesagt, dass nicht nur ein riesen Verwaltungsaufwand auf uns zukommt, dass wir jetzt diese ganze Verschlüsselung machen müssen, dass wir Krankheiten in einem Katalog nachschauen müssen, welche Nummer bekommt das jetzt. Und dieser Katalog war anfangs fürchterlich. Bis heute sind die IT-Systeme eine absolute Katastrophe. Also diese Suchkriterien, das ist schlimm, weil diese Krankheitsbezeichnungen da wirklich teilweise völlig daneben sind. Und man muss aber einfach eine Nummer zuweisen. Man muss jeder Diagnose einfach eine Nummer zuweisen. Also das war schon schlimm genug. Aber wir haben alle gesagt, das wird die sogenannte blutige Entlassung geben. Also sprich, aus reinem Kostendruck heraus wird man Leute zu früh entlassen. Und damals hat man gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, das ist ja ein ethisches System. Ihr seid die, die die ärztliche Ethik ja vertreten. Ihr müsst ja dafür sorgen, dass genau das nicht passiert. Und das wird auch nicht passieren. Und es ist eins zu eins genau so gekommen, weil eben hinter jedem Oberarzt, hinter jedem Chefarzt ein Verwaltungsangestellter steht. Er sagt, ihr seid zu teuer, ihr müsst die Leute entlassen. Warum ist Erna Müller immer noch da? Warum liegt die immer noch in ihrem Bett nach der Blinddarmoperation? Die sollen nach Hause. Dann sagt der Arzt, ja, aber die Erna Müller, die hat niemanden zu Hause. Die ist nicht versorgt. Die hat jetzt da noch eine große Wunde. Die Drainageschläuche noch im Bauch. Die können wir einfach noch nicht entlassen. Die Antwort ist, das ist nicht das Problem des Krankenhauses. Das ist ein pflegerisches, ein soziales Problem. Die sollen nach Hause, die sollen in Kurzzeit pflegen, die sollen in Reha. Na, Reha-Kliniken haben aber auch alle zugemacht und so weiter. Also ihr seht, das Ganze beißt sich permanent einfach nur immer in den Schwanz. Und ihr seht auch, dass ich mich um die Beantwortung der Frage der Lösung absolut herumdrücke. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ein zentralisierteres, ein verstaatliches System besser wäre. Wir wissen ja, dass Verwaltungen, dass staatliche Verwaltungen absolut schlecht darin sind, große Mengen Geld vernünftig zu verwalten und zu verteilen. Das sehen wir in der Bundeswehr und so weiter. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, ob diese Bürgerversicherung schon ein guter Anfang wäre zum Beispiel. Was Herr Lauterbach jetzt da macht, ist natürlich auch wieder nur ein bisschen Lücken stopfen, reduziert jetzt den Anteil der Fallpauschalen. Das ist sinnvoll für das normale Krankenhaus. Aber er hat ja selbst gesagt, es wird ja nicht mehr Geld generiert. Das ist einfach nur ein neues Umverteilen von Geld. Dafür wird irgendein anderer Bereich wieder leiden müssen. Also ich fürchte, dass das System, so wie wir es jetzt haben, müsste einfach mal komplett auf Null gestellt werden und dann mit vielen, vielen neuen Ideen neu hochgefahren. Und das ist aber das, das wäre mein Lösungsansatz, eine Kommission zu bilden, die sich einfach mal wirklich überall umschaut, überall im Ausland umschaut. Was man da macht und wie man da vielleicht bestimmte Dinge angeht und dann versucht, ein komplett neues System zu entwickeln und zu entwerfen. Ja, ob das mit einem Gesundheitssystem funktioniert, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich bin der Meinung, dass dieses System sowieso nicht wirtschaftlich funktionieren darf. Also ich sehe das, das ist aber meine persönliche Meinung, ich sehe das wie Polizei und Feuerwehr. Die erwirtschaften ja auch kein Geld, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir die brauchen. Und dass es ohne Polizei und Feuerwehr nicht funktionieren würde. Die müssen wir als Gesellschaft einfach finanzieren. Genauso wie die Bundeswehr. Die erwirtschaften auch kein Geld. Mit jedem Schuss, den die abgeben, ist eine Menge Kohle weg. Aber offensichtlich ist die Gesellschaft der Meinung, dass wir die Bundeswehr brauchen. Und dann müssen wir es eben auch finanzieren. Ich glaube, so von dieser Warte aus gedacht, sollte man auch das Gesundheitssystem nochmal überdenken. Aber da muss man so, so viele Steine umdrehen. Das wird kein Gesundheitspolitiker in einer Legislaturperiode schaffen. Es wird ihn auch seine Karriere kosten. Da bin ich mir sicher, weil da so viele Menschen auch oder so viele Firmen auch gut verdienen. Sei es die Lobby der Krankenkassen, sei es die Pharma-Lobby, sei es auch die Ärzte-Lobby. Also ich glaube, dass da so viel im Argen liegt, dass das so einfach nicht zu machen ist. Und das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. Und damit komme ich, glaube ich, zum Schluss von diesem ewig langen Video. Dieser Scherbenhaufen ist so riesig, den bekommt man nicht einfach mal so weggekehrt. Das dauert Jahre. Und das Problem ist, wir haben keine Jahre. Das ist mindestens so schlimm wie beim Thema Umwelt- und Naturschutz, Klimakatastrophe. Wir haben keine Zeit mehr. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 20 nach 12. Und wenn wir nicht mit voller Macht auf die Bremse treten und das Ruder rumreißen, dann wird es nicht funktionieren. Dann werden wir eine Klimakatastrophe erleben, wo wir uns alle nicht vorstellen. Oder vorstellen können, wie das werden wird. Und wir werden im Gesundheitssystem in den nächsten Jahren ganz, ganz viele schreckliche Dinge erleben. Jeder von uns wird davon betroffen sein. Und jeder Einzelne an seinem eigenen Körper und an der Gesundheit seiner Liebsten. Und das, fürchte ich, ist das Wort zum Sonntag sozusagen. Ich sehe wirklich schwarz, was das Gesundheitssystem betrifft. Ich liebe meinen Job. Ich versuche in meinem kleinen Elfenbeinturm, in dem ich jeden Tag arbeiten darf, noch genau das zu machen, was ich für gute Medizin halte. Nämlich auch über den Tellerrand zu schauen, über meine Spezialisierung hinaus zu schauen, den Patienten noch zu sehen. Aber eins kann ich euch sagen. Geld verdienen ist damit theoretisch nicht. Also, wenn man es nur aus dem Aspekt betrachten würde, dann dürfte ich so nicht Medizin machen. Und ich kann das auch niemandem verübeln, wenn er es nicht tut. Also wirklich nicht. Also im Gegenteil. Man kann sogar für diese Haltung bestraft werden. Geht ins Krankenhaus und fragt mal einen Chef oder Oberarzt, ob er nicht doch mal eure Oma noch ein paar Tage länger betreuen kann und gucken kann, dass sie wirklich wieder gesund wird und wirklich wieder die Alte wird, weil es ihre Krankheit nämlich hergibt, ein gebrochener Oberschenkelhals oder irgendwie sowas. Da wird es hergeben, dass die Oma wieder auf die Füße kommt und wieder ihren Alltag gestaltet. Aber wenn man sie nach fünf Tagen nach Hause entlässt mit einem Fixateur extern im Bein, ist übrigens meiner Tante passiert, ja, und wenn meine Cousine und ihr Mann das nicht irgendwie aufgefangen hätten und quasi privat die gute alte Dame gepflegt hätten, dann hätte es sie wahrscheinlich nicht überlebt. Und das ist schon, ich muss kurz überlegen, gute acht Jahre her, als das passiert ist. Also ihr seht, ich sehe wirklich Schwarz für dieses System. Ich hoffe, dass ihr alle bei guter Gesundheit seid und dass ihr in den nächsten Monaten nicht darauf angewiesen seid, in einem Krankenhaus in Deutschland optimal versorgt zu werden. Und das nicht, weil wir keine guten Ärzte, weil wir keine guten Pflegekräfte haben, weil wir keine gute Medizin haben, weil wir keine guten Geräte und Medikamente haben, sondern weil es das System langsam nicht mehr zulässt. So bitter, wie es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.